Der Jack Russell Terrier wurde vor etwa 200 Jahren in England zur Fuchsjagd entwickelt und ist ein lebhafter, unabhängiger und cleverer kleiner Hund. Sie sind charmant und anhänglich, aber sie sind auch schwer zu erziehen und zu führen. Daher ist diese Rasse nur für erfahrene Hundeeltern zu empfehlen. Auf den ersten Blick mag dieser kleine, liebenswerte und anhängliche Hund eine gute Wahl für neue Tierhalter und Wohnungsbewohner sein. Aber sie werden von der Energie und Intensität dieses kleinen Welpen überrascht sein. Diese Hunde brauchen viel Auslauf und ein konsequentes Training, da sie sonst unerwünschte Verhaltensweisen an den Tag legen können. Wenn sie jedoch wissen, wie man mit einem etwas rüpelhaften Hund umgeht und mit einem energiegeladenen Welpen mithalten kann, werden sie mit einem liebevollen und treuen Freund fürs Leben belohnt. Interessante Fakten über diese Rasse Vor langer Zeit war die Jagd ein beliebter Zeitvertreib von Männern mit Besitz. Dies galt auch für Kirchenmänner. Einem dieser hart jagenden, englischen Pfarrherren verdanken wir den Jack Russell Terrier. Vor etwa 200 Jahren wurde er für die Fuchsjagd in Südengland entwickelt. Der Pfarrer John Russell, von seinen Freunden Jack genannt, wollte einen effizienten Jagdhund und beschloss, genau den Hund zu entwickeln, den er im Sinn hatte. Das Ergebnis war ein kühner, athletischer Hund, der mit seiner Schnelligkeit, Intelligenz, Entschlossenheit und seinem intensiven Jagdtrieb die Herzen der Menschen eroberte. Der Jack Russell Terrier, später entstand daraus noch eine weitere Variante mit dem Namen Parson Russell Terrier, ist beliebt bei Pferdebesitzern, Hundesportlern, Tiertrainern für Film und Fernsehen und bei Menschen, die einfach seine furchtlose Persönlichkeit, seine grenzenlose Energie, seine unterhaltsamen Possen und seine handliche Größe schätzen. Aber Vorsicht! Der dressierte Jack Russell, den Sie im Fernsehen oder in Filmen sehen, ist nicht von Haus aus so. Einem Jack Russell beizubringen, ein zivilisierter Begleiter zu werden, ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert viel Zeit und Geduld sowie einen ausgeprägten Sinn für Humor. Der Jack Russell lässt sich sehr gut erziehen, aber er hat seinen eigenen Kopf und duldet keine Langeweile. Wenn Sie ihn nicht unterhalten, findet er seine eigenen Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie werden dann mit den Ergebnissen wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Wenn Sie einen Hund wollen, der Tricks lernt, der in Sekundenschnelle einen Agility oder Fly-By-Parcours absolviert, der apportieren kann bis er umfällt und der ein charmanter Begleiter ist wenn er keinen Unfug anstellt, dann ist der Jack Russell vielleicht der richtige Hund für Sie. Wenn Sie nicht mit einem Hund zurechtkommen, der kaut, buddelt und bellt, niemals täglich durch das Haus rennt, Katzen und andere Kleintiere mit Freude und mörderischer Absicht jagt und immer eine Lücke in jedem Befehl findet, den Sie ihm geben, ist er definitiv nicht der richtige Hund für Sie, egal wie süß und klein er ist. Wenn Sie die Zeit und die Geduld haben, sich ihm zu widmen, hat der Jack Russell viele Eigenschaften, die ihn zu einem idealen Familienhund machen. Er ist seinen Menschen treu ergeben und liebt es mit ihnen zusammen zu sein. Sein Erbe als Jagdhund macht ihn zu einem ausgezeichneten Begleiter beim Joggen sobald er ausgewachsen ist. Aktive ältere Kinder werden in ihm einen fröhlichen und anhänglichen Spielkameraden finden, aber seine ungestümer Art kann jüngere Kinder überfordern. Auf der anderen Seite bringt ihn seine furchtlose Art häufig in Gefahr. Er ist sehr energiegeladen und gibt sich nicht mit einem ruhigen Spaziergang um den Block zufrieden. Dieser Hund liebt es zu rennen, zu springen und zu apportieren. Planen Sie täglich 30 bis 45 Minuten kräftige Bewegung für ihn ein. Er ist ein Entfesselungskünstler, der sich am besten für ein Zuhause mit einem Garten und einem sicheren Zaun eignet, der nicht erklettert, untergraben oder übersprungen werden kann. Sein ausgeprägter Beutetrieb macht ihn außerhalb der Leine völlig unzuverlässig, sodass Sie ihn außerhalb eingezäunter Bereiche an der Leine führen müssen. Und da er einen ausgeprägten Beutetrieb hat, ist Ihr Garten vor Ausgrabungen nicht sicher. Ein Jack Russell kann Ihre Tage mit Lachen und Liebe füllen, aber nur, wenn Sie ihm die Aufmerksamkeit, das Training, die Beaufsichtigung und die Struktur bieten können, die er braucht. Wer zum ersten Mal einen Hund hält, ist gut damit beraten, mit einem weniger anspruchsvollen Hund zu beginnen. Tun Sie sich und dem Hund einen Gefallen, indem Sie sich genau überlegen, ob dies die richtige Rasse für Sie ist. Wenn ja, steht Ihnen eine wilde, aber wunderbare Reise bevor. Geschichte Im ursprünglichen Herkunftsland Großbritannien züchtete Pfarrer John Jack Russell um 1820 diese niederläufige Hunderasse. Russell war passionierter Reiter und Jäger und erwarb während seiner Studienzeit 1819 seinen ersten Terrier. Er legte bei seinen Hunden besonderen Wert auf die Arbeitsleistung und die Jagdeigenschaften. Sie sollten daher klein und wendig sein, um die Füchse aus dem Bau zu treiben und zugleich schnell sein, um mit den größeren Foxterrien mithalten zu können. Die von ihm durch Einkreuzungen neu gezüchteten Foxterrier erlangten bald darauf einen hervorragenden Ruf. Dieser reichte sogar über die regionalen Grenzen hinaus. Um diese Hunde von den herkömmlichen Foxterrien unterscheiden zu können, wurden diese Tiere nun nach dem Besitzer Jack Russell benannt. Als Stammmutter dieser Rasse gilt eine Hündin namens Trump. 1873 wurde der erste Parson Jack Russell Terrier Club gegründet, zu dem Pfarrer Russell als Gründungsmitglied zählte. Als John Jack Russell am 28.04.1883 im Alter von 87 Jahren starb, übernahm Arthur Heinemann die fortführende Zucht und formte die besonderen Jagdeigenschaften noch weiter heraus. Durch die Verbreitung dieser Hunde auf verschiedene Kontinente und Länder gab es auch Unterschiede in den Anforderungen für die Jagd. Aus der ursprünglichen Züchtung entwickelten sich mit der Zeit zwei Varianten. So entstand daraus der Parson Russell Terrier. Dieser ist etwas größer und quadratischer gebaut während der Jack Russell Terrier die kleinere Variante mit einem etwas längeren Körperbau darstellt. Der Jack Russell Terrier zählt beim FCI zudem als Niederläufer während im Gegensatz dazu der Parson Russell als Hochläufer einkategorisiert wird. Eine klare Trennung zwischen den beiden Rassen gibt es erst seit dem Jahr 2000, als der von Australien festgelegten Standard durch den FCI und dem britischen Kennel Corp anerkannt wurde. Damit zählt die Variante Jack Russell als offiziell jüngstes Mitglied der Terrier-Familie. Persönlichkeit und Charakterzüge Der energiegeladene und temperamentvolle Jack hat viel Persönlichkeit in seinem kleinen Körper. Er ist liebevoll, anhänglich und unendlich amüsant. Er genießt das Leben und alles, was es zu bieten hat. Er ist unglaublich intelligent, aber sein eigensinniges Wesen kann ihn schwer erziehbar machen. Menschen gegenüber ist er freundlich. Gegenüber anderen Hunden und allen Tieren, die wie Beutetiere aussehen, einschließlich Katzen, kann er aggressiv sein. Sein furchtloses Wesen bringt ihn in Gefahr, wenn er sich mit einem größeren Hund anlegt. Er liebt Struktur und Routine. Die Trainingseinheiten sollten kurz und knackig sein, um sein Interesse zu wecken. Wiederholungen langweilen ihn. Ein richtiger Jack ist freundlich und anhänglich und niemals zurückhaltend. Wie jeder Hund braucht auch der Jack Russell eine frühe Sozialisierung, das heißt er muss schon in jungen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Haltung Der Jack Russell ist ein menschenbezogener Hund, der in einem Haus mit der Familie leben sollte. Am besten ist es, wenn er Zugang zu einem eingezäunten Hof hat, wo er seine Überschäumende-Energie abbauen kann. Der Zaun sollte für ihn unmöglich zu erklimmen, zu untergraben oder zu überspringen sein, denken Sie an Fort Knox. Führen Sie Ihren Jack immer an der Leine aus, um zu verhindern, dass er andere Tiere jagt, größere Hunde herausfordert oder vor ein Auto rennt. Sorgen Sie dafür, dass er täglich 30 bis 45 Minuten Bewegung bekommt und spielen Sie viel ohne Leine im Garten, damit er müde bleibt und nicht in Schwierigkeiten gerät. Ein schwaches Herz hat noch nie einen temperamentvollen Jack Russell trainiert. Menschen, die mit Jack Russells zusammenleben, müssen fest und konsequent sein in dem, was sie erwarten. Jacks sind willensstarke Hunde, und obwohl sie auf positive Motivation in Form von Lob, Spiel- und Futterbelohnungen ansprechen, werden sie angesichts harter Korrekturen stur sein. Wenn Sie Ihrem Jack Russell jedoch Regeln und Routinen vorgeben und die richtige Menge an Geduld und Motivation aufbringen, werden sie belohnt. Die Lernfähigkeit eines Jack Russells ist unbegrenzt, wenn er mit dem richtigen Menschen zusammen ist. Geben Sie Ihrem Jack Russells schon im Welpenalter viel positiven Kontakt zu anderen Hunden, eine frühe Sozialisierung ist wichtig, um Aggressionen gegenüber anderen Hunden zu vermeiden. Fellfarbe und Pflege Der Parson Jack Russell Terrier kommt in zwei Fellarten vor, glatt und gebrochen. Beide Typen haben ein doppeltes Fell mit einer groben Textur. Das gebrochene Fell ist etwas länger und weist nur einen Hauch von Augenbrauen und Bart auf. Einige Jacks haben ein sogenanntes raues Fell, das länger ist als das gebrochene Fell. Unabhängig vom Typ ist das Fell nie gelockt oder gewellt. Jacks können weiß, weiß mit schwarzen oder lohfarbenen Abzeichen oder dreifarbig sein. Das Weiß am Körper ist die Grundfarbe und hilft dem Jäger, den Hund im Fell zu erkennen. Beide Fellarten müssen nur einmal pro Woche gebürstet werden, um totes und loses Haar zu entfernen. Wenn Sie Ihren Jack gewissenhaft bürsten, sollte er nur selten gebadet werden müssen. Brüchiges oder rauhes Fell muss ein bis zweimal im Jahr entfernt werden. Schneiden Sie die Nägel ein bis zweimal im Monat. Wenn Sie sie auf dem Boden klappern hören, sind Sie zu lang. Kurze, sauber geschnittene Nägel halten die Pfoten in gutem Zustand und schützen Ihre Schienbeine vor Kratzern, wenn Ihr Jack begeistert aufspringt, um sie zu begrüßen. Die einzige andere Pflege, die er braucht, ist die Zahnpflege. Putzen Sie seine Zähne mindestens zwei bis dreimal pro Woche, um Zahnsteinbildung und Parodontose vorzubeugen, am besten täglich. Beginnen Sie mit dem Putzen und Untersuchen Ihres Jack schon im Welpenalter, um ihn daran zu gewöhnen. Fassen Sie häufig seine Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um Ihre Füße geht, und schauen Sie ihm ins Maul und in die Ohren. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht und Sie legen den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Behandlungen, wenn er erwachsen ist. Kinder und andere Haustiere Jack Russell Terrier sind liebevolle und anhängliche Hunde, die gut in ein Zuhause mit älteren Kindern passen, die wissen, wie man mit Hunden umgeht. Sie sind nicht für Haushalte mit kleinen Kindern geeignet. Sie sind nicht nur ungestüm, sondern können auch schnappen, wenn sie grob behandelt werden. Bringen Sie Kindern immer bei, wie sie sich Hunden nähern und sie anfassen sollen, und beaufsichtigen Sie jede Interaktion zwischen Hunden und kleinen Kindern, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien beißt oder an den Ohren oder am Schwanz zieht. Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich niemals einem Hund zu nähern, während er schläft oder frisst, oder zu versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Manche Jacks sind aggressiv gegenüber anderen Hunden, insbesondere gegenüber Hunden desselben Geschlechts. Sie haben einen ausgeprägten Beutetrieb, jagen und töten, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, Katzen und andere kleine Tiere. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank!